Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute vollenden wir die Reihe als Antwort auf eine Feministin. Das hier ist das dritte und letzte Video des Dreiteilers. Falls ihr die anderen beiden Videos also nicht geschaut habt, holt das nach und kommt dann wieder hierhin zurück. In den ersten beiden Videos habe ich die ersten 22 Minuten ihres Videos behandelt. Machen wir also weiter, wo wir aufgehört haben. Bei etwa Minute 22 sagt sie das. Meiner Meinung nach ist hier eher Social Media und Co. schuld daran, dass Schönheits-OPs immer beliebter werden. In den Medien sieht man, dass irgendwelche Promis sich unters Messer legen und möchte logischerweise das gleiche machen. Ja, Social Media ist einer der Gründe, warum Schönheitsideale erhalten bleiben und weitergegeben werden. Ich gehe darauf ein, woher Schönheitsideale kommen und warum sie existent sind, nicht wie sie weitergegeben werden. Je mehr Menschen, primär Frauen, dafür werben oder dies als einzig gesellschaftlich akzeptables Erscheinen darstellen, desto mehr werden beeinflussen. Das ist reines logisches Denken und trotzdem wird hierbei nicht beantwortet, woher denn diese Ideale stammen. Und die Antwort ist nun mal, wenn man das Problem an der Wurzel packt, das Verträgert. Ich habe es im vorigen Video schon gesagt, aber ich sage es hier nochmal. Du kannst nicht einfach als Antwort auf alles sagen, das Patriarchat sei schuld. Vor allem ohne zu sagen, was das Patriarchat für eine Rolle spielen soll oder was überhaupt der Zweck davon sein soll. Und ja, es gibt Situationen, wo du als Antwort einfach nur einen Fakt nennen kannst, aber sie hat es nicht geschafft, die Existenz des Patriarchats zu beweisen. Auch nicht ihre wissenschaftlichen Quellen, die alle nur auf Meinungsartikel von Feministen verweisen, konnten die Existenz des Patriarchats beweisen. Aber wisst ihr, was lustig ist? Sie erwähnt es ja sogar selbst. Je mehr Menschen, primär Frauen, dafür werben oder dies als einzig gesellschaftlich akzeptables Erscheinen darstellen, desto mehr werden beeinflussen. Primär Frauen bewerben diese Schönheitsideale. Also selbst wenn diese Schönheitsideale aus einem früheren Patriarchat stammen, sollte man dann nicht das bekämpfen, was sie heutzutage noch am Leben hält? Und nicht die längst ausgestorbene Ursache? Dann kritisier doch die Frauen, die diese Schönheitsideale am Leben halten, anstatt die Schuld wieder auf Männer zu schieben. Du schießt wortwörtlich in die Luft und hoffst, dass Dinge sich ändern. Es gibt kein Patriarchat, also kämpfst du gegen nichts als ein selbsterschaffenes Gesellschaftsbild, an dem du Männern die Schuld gibst. Dann gibt KurenTV angeblich wieder keine alternative Antwort zu ihrer Antwort. Es läge am Patriarchat. Davon abgesehen, gehe ich davon aus, dass Frauen vor allem aber auch so überrepräsentiert sind, weil die beliebtesten OPs halt eigentlich nur von Frauen gemacht werden. Beispielsweise eine Brustvergrößer oder Verkleinerung oder Dinge wie zum Beispiel Lippen ausspritzen, sind halt Sachen, die jetzt eher Frauen machen statt Männer. Aber warum gibt es mehr OPs für Frauen und warum werden sie primär von Frauen gemacht? Er nennt ständig Auswirkungen von Patriarchat, leugnet es aber und beantwortet die Frage nie mit einer alternativen Antwort. An Männern oder dem angeblichen Patriarchat liegt es aber definitiv nicht. Mehrere Umfragen, wo Männern zu Schönheits-OPs bzw. natürlicher Schönheit gefragt wurden, sagen das. Männer mögen natürliche Frauen. Ein bisschen Unschuld und echte Natürlichkeit finden die meisten Männer bei Frauen besonders reizvoll. Natürliche Schönheit punktet bei Männern. Eine Verschönerung, die Männer so richtig super finden, gibt es nicht. Offenbar finden die meisten Natürlichkeit am attraktivsten. Nur gefärbte Haare, 42% und Make-up, 38%, kommen bei einigen noch ganz gut an. Immerhin 19% der Men's Health User finden es super, wenn sie sich mit Shaping unter welcher eine schöne Silhouette zaubern. Die gute Nachricht, das Klischee, dass Männer auf große Silikonbrüste stehen, ist hiermit offiziell widerlegt. Nur 13% outen sich als Fans von gemachten Brüsten und gerade einmal 9% mögen künstliche Bräune aus dem Solarium. Auch spannend, nur einem von 10 Männern gefallen künstliche Fingernägel oder verlängerte Wimpern. Also wenn wir Männer auf Natürlichkeit stehen, warum sind wir dann daran schuld, dass Frauen Schönheits-OPs machen? Frauen machen die Schönheits-OPs, weil sie eitel sind oder weil sie sich schämen bzw. Selbstzweifel haben. Und ich kann wirklich verstehen, dass man da nachfragt, woher kommen denn diese Gefühle? Warum ist die Gesellschaft so gewachsen? Eine Studie zeigte, dass noch nie zuvor Frauen so unzufrieden mit ihrem Körper waren wie heutzutage. In dieser Studie kam raus, dass die meisten Frauen ihre Unsicherheiten nicht mehr bekommen, weil sie sich mit Stars vergleichen. Sie vergleichen sich stattdessen mit Freunden. Wer ist nun schuld daran, dass so viele Frauen ihren Körper nicht mögen? Die Antwort ist, statt mit Stars vergleichen wir uns mit Freunden, Bekannten und anderen Menschen, die uns ähnlich sind. Und da auf Facebook und Instagram in erster Linie schmeichelhafte Fotos geteilt werden, entsteht schnell der Eindruck, Mist, alle anderen sehen unglaublich gut aus. Das wurde im Rahmen der Studie auch noch einmal gesondert getestet. Also ist letztendlich Social Media daran schuld, dass Frauen unzufrieden mit ihrem Körper sind und Schönheits-OPs machen wollen? Und ist das nicht genau das, was KuchenTV auch gesagt hat? Meiner Meinung nach ist hier eher Social Media und Co. schuld daran, dass Schönheits-OPs immer beliebter werden. Er begründet es zwar falsch, weil er es auf die Promis bezieht, aber das ist ein kleiner Fehler, den man meiner Meinung nach verzeihen kann. Und jetzt kann man wieder fragen, warum Frauen sich überhaupt wieder vergleichen. Könnte das auch wieder am Patriarchat liegen? Also gehen wir das auch noch einmal kurz durch. Wieso vergleichen wir uns mit anderen? Dass wir uns mit anderen Menschen vergleichen, hat verschiedene Funktionen. Einerseits gibt es uns Informationen darüber, wer wir sind und wo wir in unserem sozialen Umfeld stehen. Was wir gut können, was weniger, wie es uns geht, wie viel wir besitzen. Auch für das Zusammenleben und die Kooperation in Gruppen ist es wichtig. Es zeigt uns zum Beispiel, welche Fähigkeiten wir gut einbringen können oder wie viel Zuspruch wir, im Vergleich zu anderen, bekommen. Durch soziale Vergleiche lernen wir von anderen. Vergleiche helfen uns mit Herausforderungen umzugehen und unsere eigene Leistung zu verbessern. Indem wir uns mit Menschen vergleichen, die in einer bestimmten Sache etwas besser sind, können wir von ihnen lernen. Ich glaube also, dass das Vergleichen einerseits evolutionär gewachsen ist, damit wir uns weiterentwickeln können. Andererseits klingt es für mich auch so, als ob es an der Leistungsgesellschaft liegt, in der wir leben, nicht an einem Patriarchat. Und komme jetzt nicht damit, dass die Leistungsgesellschaft ein Produkt des Patriarchats sei. Es ist ein Produkt des Kapitalismus. Und komme jetzt auch nicht damit, dass der Kapitalismus ein Produkt des Patriarchats sei. Also Dev, da hast du deine Antwort auf die Frage. Aber warum gibt es mehr OPs für Frauen und warum werden sie primär von Frauen gemacht? Aber Moment, Dev erklärt ja doch, was das Patriarchat für eine Rolle spielt. Zumindest fängt sie gut und richtig an, aber driftet dann doch wieder dahin ab, zu sagen, das Patriarchat. Okay, hier meint er, dass Schönheitsideale schon immer existiert haben, die aber nicht vom Patriarchat kommen. Aber schon wieder, da kommen wir keine Antworten, woher die denn kommen. Dann übernehme ich mal wieder. An verschiedenen Orten der Welt gibt es verschiedene Schönheitsideale. Im Vergleich zu Männern stehen Frauen unter einem weitaus höheren Druck, diesen Idealen zu entsprechen. So wurde dies auch bei einer Umfrage zum Körperwohlbefinden in Deutschland gefunden. Bis hierhin alles richtig. Und die Begründung, warum das so ist? Warum das so ist, weshalb für Männer nicht dieselben Schönheitsideale gelten wie die Frauen, darauf ist die Antwort, das Patriarchat. Junge, woher kannst du das denn wissen? Immer wenn sie keine Artikel mehr findet, die ihre Aussagen untermauern, sagt sie einfach nur, dass das Patriarchat daran schuld sei. Zu vielen Aussagen blendet sie ja tatsächlich irgendwas ein. Nur nicht bei der Aussage, dass das Patriarchat daran schuld sei. Warum wohl? Vielleicht, weil es keine Belege dafür gibt? Dann redet sie wieder über Quellen. Was denkt ihr denn, warum Männer Frauen, die andere Frauen runtermachen, wegen ihren misogünen Frauenbildern feiern? Oder warum Pick-Me-Girls überhaupt existieren? Also erstmal sind vier Kommentare ohne jegliche Quelle eine sehr schwierige Argumentationsgrundlage. Zumal ich diese eingeblendeten Kommentare nie als Quelle betitelt habe, sondern sie einfach nur als Beispiel galt. Finde ich es sehr deplatziert von ihm, über Quellen zu reden und sie zu bewerten, wenn er seine eigenen nicht mal durchliest. Dazu zwei Dinge. Erstens, KuchenTV hat diese Kommentare gar nicht als Beweise bezeichnet. Er sagte, dass es für die Kommentare keine Quelle gibt. Sprich, man weiß nicht, woher diese Kommentare kommen. Unter welchen Videos stehen die denn? Vielleicht ist der Zusammenhang ja ein ganz anderer. Das ist, was er meinte. Wenn du Beispiele bringst, was du ja durchaus machen kannst, dann solltest du aber die Quelle zu diesen Beispielen einblenden. Zweitens, KuchenTV liest seine Quellen nicht durch? Warst du nicht diejenige, die das als wissenschaftliche Quelle bezeichnet hat? Also erstmal sieht man daran, dass nur der erste Link lila ist, dass du die anderen beiden Links nicht mal angeklickt hast und dementsprechend die Artikel auch nicht gelesen hast. Außerdem hast du offensichtlich nicht mal gewusst, dass das Meinungsartikel sind. Das lässt also stark vermuten, dass du die Quellen selbst nicht durchgelesen hast. Und dann sagt sie am Ende ihres Videos noch das. Deshalb nehme ich mir die Zeit und mache mir die Mühe, recherchiere gründlich, um euch qualitativ hohen Content zu bieten. Kommen wir zu ihrem letzten Argument. Obwohl Feminismus an sich ja wirklich ein super wichtiges Thema ist. Logischerweise freuen sich die Leute dann, wenn es endlich wieder normale Leute in diesem Bereich gibt, die normale Argumente bringen. Es spricht darauf hin, dass wenn man zur Gesellschaft gehören möchte, man in der Norm handeln muss. Aber eine revolutionäre oder eine gesellschaftsumbrechende Bewegung kann nie normale Argumente bringen, da sie den Normzustand kritisieren und zu verändern versucht. Nein, das hat er halt einfach nicht gesagt. Was er meinte mit normalen Argumenten sind richtige Argumente. Solche, die man belegen kann. Der Normzustand sind zum Beispiel auch Geschlechterrollen, die sowohl ich als auch KuchenTV kritisieren. Aber eben mit guten Argumenten und nicht einfach, indem man sagt, das Patriarchat. Das Patriarchat. Das Patriarchat. Das Patriarchat. Man kann gegen die Normen sein und trotzdem normal argumentieren. Komisch, dass nur Leute wie du das nicht verstehen. Aber das soll es erstmal mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked es gerne und abonniert hier meinen Kanal. Schreibt mir eure Meinung wie immer in die Kommentare und klickt dann auf diese beiden Videos hier. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Also, wenn ihr das Video macht CE auf dieses Video macht. Vielen Dank.